Schon jetzt sagen wir Ihnen aber, wem das Land Vorarlberg eigentlich gehört. Die Arbeiterkammer wollte das nämlich genau wissen und hat einen neuen Studienauftrag gegeben. Und da kommt jetzt heraus, dass 64 Prozent der Menschen im Land weder ein Grundstück noch eine Eigentumswohnung besitzen und dass 40 Prozent aller für den Wohnbau gewidmeten Flächen in Vorarlberg noch leer sind, aber darauf kann oft nicht gebaut werden. Die Experten der Arbeiterkammer befürchten jetzt eine gesellschaftliche Schieflage. Immer weniger Menschen werden sich in Zukunft Eigentum leisten können. Das schicke Einfamilienhaus auf der grünen Wiese, das wird es in Zukunft so nicht mehr geben. Die Grundstücke werden immer kleiner. Die meisten Menschen wohnen bereits auf 50 bis 500 Quadratmetern. Früher waren die Baugrundstücke viel größer. Die nächste Erbengeneration wird es schwer haben. Naja, die müssen sich dann überlegen, ob einer das erben kann oder ob sie das gemeinsam verkaufen. Aber die Grundstücke werden immer kleiner. Geschosswohnbau wird schwierig. Man wird dann halt vielleicht zwei Grundstücke zusammenlegen müssen. Es wird auf jeden Fall schwieriger, diese Grundstücke zu mobilisieren. Die letzten Jahre habe die Landespolitik verschlafen. Die Wohnung als Anlage und Spekulationsobjekt, das müsse sich ändern. Erstens, wir wollen einen Bodenfonds. Josef Fink hat das vor 30 Jahren gefordert. Jetzt wird darüber nachgedacht, wir hätten gerne im Frühjahr nächstes Jahr die Umsetzung. Und dann die Politik muss darauf schauen, dass wenn jemand ein Grundstück kauft, dass es nicht zur Hortung und zur Spekulation da ist, sondern wirklich zum Eigenbedarf oder für die eigenen Kinder. Also Sicherung der Grund und Boden durch die öffentliche Hand. Und das Zweite sind logistische Änderungen, um unseren Grund und Boden, der eigentlich der Daseinsvorsorge der Menschen dient, Wohnen, aber auch Betriebsgrundstücke, dass wir den schützen müssen, damit er nicht für andere Zwecke, Hortung, Spekulationen verwendet wird. Wenn nichts passiert, mahnen die Studienautoren, wird sich die Preisspirale weiter nach oben drehen. Es wird genau diese Problematiken, die wir jetzt schon haben, werden weitergeführt werden. Sie werden sich verschärfen. Also auch der Druck auf landwirtschaftliche Flächen, auf zusätzliche Widmungen. Das Wohnenberge gesellschaftlichen Sprengstoff. Auf der einen Seite viele junge Menschen, die frustriert sind, weil sie trotz geregeltem Einkommen kein Eigentum erwerben können. Auf der anderen Seite ältere Menschen in Miete, die oft von Altersarmut betroffen sind.